hallo ihr lieben und willkommen zur nächsten raunacht für den 2 januar 2022 diese raunacht sie steht für den september 2022 ich hoffe ihr seid gut in das neue jahr hinein gerutscht und das was ich mir heute für euch mit euch vorgenommen habe vielleicht hat der ein oder andere auch schon ein bisschen erwartet für den ersten januar da habe ich noch nicht mit rein genommen weil ich wollte tatsächlich punktgenau dann weil ich ja wusste dass ich am ersten januar das video für den zweiten januar aufnehmen und mit euch und für euch veröffentliche eine energie an karten mit reinnehmen wo wir auch so gucken was hält das jahr für uns bereit wo sollen wir ein bisschen hingucken oder 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 wo wird es wichtig für uns erkennt es ja schon wir schauen uns heute als allererstes an welches tag welche tagesenergie haben wir für den 2 januar 2022 es ist immer noch ein zentrumstag und wir gehen in eine energie wo es um reinheit und klarheit geht wo es darum geht dass wir etwas reflektieren wo wir erkennen dass wir göttliches wissen haben dass wir eine verbindung zur göttlichen quelle haben auch erkenntnis wird kommen und ein spiegel ja deswegen habe ich für uns alle auch das passende märchen dazu ausgesucht denn ihr wisst ja im alten jahr hatten wir die alten märchen die märchen der gebrüder grimm und jetzt im jahr 2022 werden es neue märchen andere märchen sein und ihr habt schon gestern erkannt da ging es tatsächlich um einen film dieser film der heute für den ersten ersten wo ich das video aufnehmen war also schauen wir was jetzt kommt und ich kann euch sagen es wird spannend öffnet all eure sinne nehmt an was ihr spürt und fühlt wenn ihr auch diesen märchen lauscht denn es wird einiges in euch hervor kitzeln denn was ist das grundthema heute das grundthema heute das ist die jungfrau die jungfrau und das sternzeichen ist ja auch august und september und wir haben ja für die zweite rau nach die september energie ja die jungfrau da gibt es zwei interpretationen einmal jungfräulich aber auch jung eine junge frau beides ist es ein bisschen ein wortspiel fließt hier mit ein denn was sollst du dich fragen am zweiten januar was hat dir denn als junges mädchen freude bereitet was hast du gerne getan was hast du gerne gespielt und was hat dich so an märchen fasziniert was waren deine lieblingsmärchen das wird heute alles ein bisschen rausgekitzelt und noch ein bisschen mehr aber darauf gehe ich nach dem märchen ein wir starten wir legen los viel freude dabei es war eine kleine mehr jungfrau die lebte mit ihren beiden schwestern sowie ihrem vater der der meerkönig war auf dem meeresgrund doch mit der zeit wurde es ihr langweilig sie hatte immer nur ihr goldenes haar zu kämmen und irgendwie das war nicht das was sie wollte sie war fasziniert vom leben dem leben über dem wasser sie beobachtete die menschen sie schaute immer was die machen was die tun es faszinierte sie einfach dieses anders sein wie sie war zu beobachten eines tages rettete sie dem prinzen niklas das leben denn es beim schwimmen untergegangen sie rettete ihn und sie verliebte sich in ihn niklas war jedoch bewusstlos und er wurde von ihr an den strand gebracht dort am strand ja da kam eine prinzessin und diese prinzessin die entdeckte er als erstes und er dachte das ist die lebensretterin für ihn sehr das beobachtet unsere kleine mehr jungfrau und ja sie war schon ein bisschen verzweifelt sie hat in ihrer verzweiflung eine mächtige meereshexe aufgesucht sie ging zu ihr schilderte ihr das um was es ihr ging weil sie wollte sein wie die menschen sie wollte ihren fischschwanz loswerden sie wollte beine bekommen doch diese mächtige meereshexe die stellte ihr eine bedingung denn wenn sie einmal an land gehen würde und die beine hätte dann würde sie stumm sein sie durfte konnte nicht reden sie ließ sich aber ein auf diese bedingung und das was hier noch mit dabei war eine zweite bedingung die mit daran geknüpft war wenn der prinz sie nicht wählen würde dann würde sie zu schaum auf den wellen des meeres werden auch das das schreckte sie nicht ab sie wusste auch dass jeder schritt schmerzhaft werden würde wenn sie auf den beinen laufen würde doch all das nahm sie auf sich sie ging an land und sie wurde auch von niklas entdeckt er hat sie auf sein schloss eingeladen weil er fasziniert von ihr war aber auf dem schloss waren schon die hochzeitsvorbereitungen die hochzeitsvorbereitungen mit der prinzessin wo niklas dachte das ist seine traumfrau unsere kleine mehrjungfrau wusste sie hatte nur wenige tage um das herzen des prinzen zu erobern sie erkannte aber es war wirklich schwierig sie hatte alles versucht sie hatte alles versucht sie hat mit ihm mit den schwertern gekämpft sie ist mit ihm geritten sie hat alles getan sie hat schmerzen auf sich genommen aber er hat sie nicht erkannt an der hochzeit von niklas mit der unbekannten prinzessin war es so dass sie natürlich wusste was jetzt auf sie zu kam sie ging sehr sehr traurig an das meer setzte sich dort hin und dann nahm sie einen dolch sie nahm einen dolch und wollte es zu ende bringen aber ihre schwestern kamen zu ihr und sagt nein nein du hast eine chance du hast wirklich eine chance wir waren bei der meeres hexe und sie hat gesagt wenn du mit diesem dolch niklas erstichst dann bist du erlöst unsere kleine mehrjungfrau ja sie gingen das schlafgemach des brautpaares sie stand vor dem bett sie hatte die chance niklas zu erstechen doch sie packte den dolch wieder ein ging ans meer zurück und wollte sich ihrem schicksal ergeben doch das was dann geschah war etwas ganz besonderes denn die meeres hexe erschien und sagte ihr du hast die prüfung bestanden du bist standhaft geblieben und das dass sie standhaft geblieben ist gab die erlösung sie durfte die welt erkunden ohne schmerz ohne alles ihr lieben eine ganz besondere geschichte auch wenn sie sehr sehr kurz ist aber sie zeigt uns eines wir werden geprüft wir werden auch 2022 geprüft ob wir standhaft bleiben und die energien die damit fließen zeigen uns wenn wir auf dem richtigen weg sind kann uns nicht erschüttern unsere kleine mehrjungfrau sie hat den prinzen nicht bekommen aber für sie wir wissen nicht wie die geschichte von ihr ausging sie hat bestimmt einen anderen märchenprinzen für sich gefunden und ich glaube das ist das bedeutendste zu wissen auch das was man als allererstes wollte dass das nicht immer das ist was das universum für uns vorgesehen hat dass da oftmals noch etwas anderes kommt sie durfte ihrem traum nachgehen sie durfte auf ihren beinen ohne schmerzen die welt erkunden und wenn ihr jetzt die tagesenergie anschaut die tagesenergie für den maya kalender für den 2 januar 2022 wir haben den zentrumstag wir wissen und das haben wir vorhin gehört es geht um reinheit und klarheit es geht um göttliches wissen und auch die verbindung zur göttlichen quelle erkenntnis war dabei aber auch einen spiegel den man vorgehalten bekommt also seid euch bewusst alles was da kommt da passiert ist ein wichtiger teil für eure ganz persönliche entwicklung und das soll euch auch vorwärts bringen wir kommen zu unserer aufgabe beziehungsweise zu unserem thema was wir haben wir hatten die jungen frau und ich hatte euch vor dem märchen schon gefragt was hat euch als junge mädchen freude bereitet mit was habt ihr gerne gespielt und welche märchen haben euch fasziniert stellt euch diese frage heute ganz ganz bewusst und vielleicht möchtet ihr dieses märchen das da ihr als kind gern gehört haben noch einmal nachlesen denn es hat sicherlich eine botschaft für euch dabei die ihr jetzt als erwachsenes ich noch mal ganz anders aufnehmen könnt wie als kindliches ich schau einfach mal auch vielleicht hast du dich als junges mädchen gerne verkleidet auch diese dinge die sind sehr interessant wenn man das noch mal revue passieren lässt ich habe das vorhin als ich die texte noch mal durchgelesen hatte die ich so vorbereitet habe ein bisschen geschmunzelt weil ich ganz wunderbare erinnerungen an all meine jung mädchen freundinnen hatte und an viele viele schöne dinge die wir zusammen gemacht und getan und gespielt haben und ich habe auch noch mal festgestellt das sind noch mal ganz andere dinge wie jetzt next generation unsere kinder es heute tun oder vielleicht auch die enkelkinder die schon da sind wichtig für dich ist schau einfach noch mal hin welche typ rollen hast du als junges mädchen gerne nachgespielt oder eben mit deinen puppen vielleicht gespielt situationen dinge was ist noch hängen geblieben was hast du als junge frau als kleines mädchen was hättest du da gerne erlebt was ist vielleicht noch nicht erlebt und möchte jetzt erlebt werden schau auch welche bedürfnisse welche sehnsüchte sind seit einer kindheit noch nicht gestillt worden auch die kommen zum vorschein die wollen angeschaut werden und du hast die chance also mit dem spiegel der erkenntnis heute ganz viel beziehungsweise am zweiten januar ganz viel zu sehen und zu erkennen und dann ja welche kindheitswünsche möchtest du dir noch erfüllen was ist hier noch das noch ankitzelt das angeschaut werden möchte das in dein erwachsenen leben mit hineinkommen möchte wow du siehst es ist einiges am geschehen ich habe für euch auch ein paar karten gezogen und die karten ja die passen mal wieder wie die faust aufs auge ich kann das nicht anders sagen denn das thema war ich habe der geistigen welt gesagt wir haben jetzt heute wo ich das video aufnehmen den ersten januar es ist die energie des neuen jahres 2022 was kommt im jahr 2022 auf uns zu wo sollen wir hinschauen was sollen wir transformieren was ist eben das thema und da kam als allererstes die karte göttlicher zeitplan der göttliche zeitplan das ist eine karte die sagt tatsächlich ja du sollst die türen achten die sich für dich schließen aber auch die türen die sich öffnen gehe durch türen durch die sich öffnen aber lerne auch von denen türen die sich schließen das ist ein wichtiger bestandteil das ist transformation pur also deine gebete wurden erhört der göttliche zeitplan der ist natürlich in der regel immer ein bisschen anders wie der deines ichs also setze dich damit auseinander dass alles zu der zeit kommt wo es für dich gut ist wo es für dich wichtig ist wo du für dich etwas umsetzen sollst dazu kommt konzentration die karte konzentration da geht es darum dass du nachdenken sollst was du möchtest achte sorgfältig auf deine gedanken denn sie erzeugen etwas und da kommt jetzt unser feuer ritual ins spiel ich hoffe ihr habt schon angefangen eure wünsche ans universum zu schreiben ich werde heute auch den post fertig machen der termin steht es ist noch genug zeit es wird ein bisschen knackig aber es ist genug zeit auch aus dem ausland briefe zu schicken die briefe werden ankommen und wir werden wieder zum passenden tag und diese energie ich hatte sie schon seit gestern aber gestern habe ich dann doch nicht ganz geschafft den post fertig zu machen wir werden das feuer ritual machen denn was kommt hier und das ist die bestätigung wir unterhalt wir erhalten unterstützung von oben die geistige welt ist an unserer seite und das ist doch das ist eine schöne botschaft das heißt wir werden erhört wir werden erhört sie sind dabei sie sie lieben uns die geistige welt wir werden geschützt wir werden geführt und für uns ist die botschaft hier die zurückkommt ja sie wir sind geliebt wir sind geliebt und wir werden geschützt bei allem was auf uns zukommt das ist doch schon mal einfach wow und einfach schön ihr lieben ja ich bin für heute am ende angekommen denn ihr wartet ja auf ein posting von mir das wird vielleicht sogar ein bisschen eher hier wie das video online gehen aber so hört ihr es doppelt gemoppelt dass das kommt ich schicke euch für heute ganz viel licht und liebe bin sehr gespannt dann auf die nächsten tage noch mit den rauen nächten mit euch und natürlich auch auf das feuer ritual für heute ganz viel licht und liebe und namaste